hallo ihr lieben es ist freitag der 7 oktober und wieder zeit für ort laufs frei nun viel zeit habe ich heute nicht ich muss nämlich gleich nach gar genau aber zeit genug haben wir natürlich um auf das vergangene wochenende zurück zu blicken und da war die messe modell hobby spiel in leipzig auf der messe modell hobby spiel in leipzig waren wieder zahllose modellträume zu bewundern gezeigt wird dieses jahr der anschluss wolf von der pressnetztalbahn das ist unsere neue diorama anlage die in zusammenhang mit nirgendwo klinger gebaut wurde anschluss wolf bedeutet es ist ein anschluss der pressnetztalbahn und die firma wolf war halt der besitzer dieses werksanschlusses ab etwa 1920 also unser diorama spielt etwa zwischen 60er und 70er jahren so können wir epoche 3 und epoche 4 fahren wobei wenn man die autos runter nimmt kann man auch epoche 2 fahren ja das ist ein modell der kohleneisenbahn zwischen tollwitz und baddonberg das ist hier in der region um leipzig die erste eisenbahn gewesen 1836 als pferdebahn eröffnet und 1908 elektrifiziert ja und der zustand der gezeigt wird ist genau im sommer 1930 ja weil die für fünf jahre später eingestellt wurde ja und weil da die bahn noch so in der letzten blüte war eigentlich dass der beitrag ist auf meinem youtube kanal zu sehen darunter gehören natürlich auch ausschnitte von unserer anlage und da legt der sprecher einen besonderen wert auf die spur s nicht zu vergessen die baugröße s maßstab 1 zu 64 spurweite 22,5 millimeter hier der hinweis dass die straßenbahn gerade fährt zeitweise unser sorgenkind und die größte größe auf unserer anlage die spur 0 mit einem zug der firma zeuge aus den 50er jahren die meisten fahrzeuge waren bei uns auf der anlage in der baugröße s unterwegs wobei es der schienenbus besonders eilig hatte insgesamt war es eine wirklich sehenswerte messe und wir kommen gerne wieder im kommenden jahr teile von dieser anlage sind in daggenau an diesem wochenende zu sehen im unimog museum jeweils 11 bis 17 uhr und wenn ihr keine gelegenheit habt dahin zu gehen ich mache auf jeden fall wieder einen film bericht nicht nur von meiner anlage sondern von vielen der dort ausgestellten tischbahnen ihr könnt euch schon darauf freuen und jetzt machen wir noch mal einen ausflug auf den pilatus die neueste entwicklung aufgezeigt von michael meyer das sind die neuesten fahrzeuge die seit dem vierten oktober hinauf auf den pilatus fahren michael meyer ist nicht nur mit der bahn gefahren er ist auch einiges zu fuß gelaufen um die bahn von außen zu zeigen beim letzten mal hat er mir geschrieben hat er ganz schönen muskelkater gehabt aber diese aussicht entschädigt doch eigentlich für alles ich denke dass ich den beitrag über die alten fahrzeuge in der kommenden woche fertig bekomme und dann kann man eine wunderbare gegenüber stellen das soll es erst einmal gewesen sein von der steilsten zahnradbahn der welt so und jetzt für euch noch ein paar termine einladung zur modellbahnausstellung am 15 und 16 10 in limbach oberfrohna in der stadthalle 60 jahre eisenbahn club neubrandenburg wird gefeiert mit einer jubiläumsausstellung am 14 und 15 oktober von 10 bis 18 uhr im überregionalen förderzentrum robert blumstraße 36 in neubrandenburg das war heute relativ kurz ortlaufs frei nun vom 7 oktober 2022 falls es noch möglich ist in gar genau ein paar bilder aufzunehmen wird das hier im anschluss geschehen ansonsten verweise ich auf meinen youtube-kanal wo er in der kommenden woche viele beiträge darüber sehen könnt das war's von dieser stelle aus macht's gut bis denn und tschüss das war's von dieser stelle aus ich bin ich bin wir gut wir ло och i liga